Geht das? 0, 0. Gibt es hier ein Sternchen? Sternchen heißt doch auch nichts, oder? Hm. Ja, auf C gehen wir runter. Gucken wir nochmal in der letzten. Da ist auch nichts, nur Pakete. Die ist auch zu. Die oberen haben alle ein Schloss, aber die unteren nicht. Oh, Fotos. Das sind Boote, da ist ein Typ an der Seite. Ich glaube das ist eine Bahn oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, noch mehr. Irgendwie, dass die Schiffe ineinander reinfahren und... Chaos herrscht, 25, 73. Alte Zeitung, die wir wieder nicht lesen können. Oh, ganz viele Fotos. Das sieht aus wie ein Atomkraftwerk. Oh, den können wir sogar aufmachen. Können wir den denn auch? Wieso ist der jetzt umgefallen? Da ist auch nichts drin. Es tut mir sehr leid. Hier ist was. Sieht aus wie eine Tornhalle oder sowas. Aber da können wir noch nicht rein. Können wir vielleicht das Licht anmachen. Damit nachts der... weiß ich nicht, Dämon, der uns helfen will. Der Geist oder so. Äh, irgendwie was für uns klar machen kann. Hier brauchen wir auch Schlüssel an, wenn nicht mehr, ne? Ne. Noch den Wassereimer. Wo auch kein Wasser mehr drin ist. Ich hole den dann in 20 Jahren ab. Hier ist was. Das müssen wir irgendwie öffnen. Damit der runterfällt. Aber wo könnte Kombination sein? Hier war nur 0, 0, Sternchen, Sternchen. Ich versuche mal überall 0, 0. Ups. Zufall. Mein Schreibtisch. Nein. Ach so, gehen wir zurück. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir auch nach oben gehen können, aber... Vielleicht... 5, 3. 0. 0. Nein, da war es gerade. Wir können ja mal 5, 3 versuchen. Vielleicht ist mit Raute, Raute... die Spindnummer gemeint. Tatsache. Oh, ganz viele Fotos. Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Damm gebrochen oder eine Überflutung. Irgendwie weist alles... auf Naturkatastrophen. Auf, was ist das? Ich weiß nicht, was es eben war. Ah, dann ist es easy. 0, 0, 11. Ich hoffe, das funktioniert jetzt überall. Ja. Perfekt. Noch mehr Bilder. Das ist auf jeden Fall eine Küste, wo ganz viel gebaut wird. So Industriegebiet. Oh ja, das sieht nach einer Explosion aus. Ja, welcher Spind ist das? Wir gehen jetzt alles durch. Ich weiß gar nicht, wie viel Kombination es dann gibt. Ich glaube, zu viele. Haben wir ein Glück? Ja, da ist echt was hochgegangen. Vielleicht ein Vergleich, wie die Erde vorher war und danach. Boah, wir hätten unten... Oh, egal. Okay. Auf sowas kommt man natürlich erst danach. 0, 0, 0 und dann 14. So, und jetzt... Dankeschön. Wir können hier sogar rein. Hey, lass mich rein. Hä? Ah, jetzt geht es ganz auf. Wir können alles nicht lesen. Das ist... Was ist das? Fischmob, oder... Können wir damit hier jetzt... Ich picke auch immer in der Tapete rein. Hä? Aber wo waren die Blumen? Vielleicht im großen Raum, denke ich mal. Ja, hier ist was. Ich habe was für euch, meine Kleinen. Hier. Nimmt das und wachst. Und alles wächst. Wir können uns... Vorher wusste ich das. Man muss irgendwie immer die Blumen sehen. Oder er muss sie irgendwie immer sehen. Und wir schlafen wieder ein. Es ist schon spät. So, da sind wir wieder. Der eiskalte Killer hier. Wir können nirgends durch. Oh. Bin ich tot? Ne, wir können uns nochmal hinlegen. Ich glaube... Wir müssen hier irgendwo... Licht anmachen. Ich denke... Ja, ich kann hier nicht lang. Ist okay. Gehen wir halt hier lang. Da waren wir... Wie sollen wir die übersehen? 17.183.000... Auf jeden Fall Geldbeträge. Aber... Wofür die ausgegeben wurden... Können wir leider noch nicht entziffern. Ich glaube... Nach oben ist an. Muss ich hier auch... Irgendwie ein Lichtschalter. Okay. Jetzt schlendern wir mal... Zurück. Jetzt fliegen sogar die Blätter hier. Aber es sieht ein bisschen aus... Als ob alles so Zeitlupe ist... Und alles stehen geblieben. Schlafen wir halt noch mal. Hm. So. Da sind wir wieder. Und... Solange wir glaube ich... Im Licht sind... Können sich die dunklen... Dinger gar nicht so schnell bilden. Für eine Pausenglotte schnell. Hallo? Achso. So. Wir sind wieder wach. Und... Jetzt müsste da hinten die Tür auf sein. Habe ich den Pieker noch? Tatsache. Kann da aber nichts mehr hinstecken. Dann würde ich sagen... Beende ich hier den Part erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns... Bei der nächsten Folge. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.